wir haben beide pp gehört ha ich wusste da ist noch einer nein also der oben gehört nicht zu mir wir haben wir haben beide komplett pp ich war so geimpunsch ich habe ihn null gesehen der andere steht hier vorne an dem fenster im co der andere steht da rechts juss herkühlt alles gut hier 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 ich sehe nichts man was ist es man sieht nichts es ist alles nur verschwommene ach so ach so